Abigail Breslin, Little Miss hat geheiratet Little Miss Sunshine ist definitiv erwachsen geworden. Abigail Breslin, 26, die 2006 mit der Kultkomödie ihren Durchbruch als Kinderstar gefeiert hatte, hat geheiratet. Auf ihrem Instagram-Account gab die Schauspielerin am Montag, 30. Januar, die schöne Nachricht bekannt. Ich habe meinen besten Freund geheiratet, schrieb Abigail Breslin. Auf dem Foto tanzt sie im klassischen weißen Hochzeitskleid mit ihrem Neugatten Irak Unjanski. Die Hochzeitsfeier hat am Samstag stattgefunden. Das Datum postete Breslin neben Emojis von Herzchen und einem Ring. Den tatsächlichen Ring zeigte die Darstellerin in einem weiteren Instagram-Post per Nahaufnahme. Euer Mädchen hat geheiratet, schrieb sie dazu. Schauspielkolleginnen wie Elle Fanning, 24, und Rosario Dawson, 43, gratulierten ihr in den Kommentaren zu den Beiträgen. Auch ihr frisch angetrauter Gatte veröffentlichte auf Instagram ein Bild der Hochzeit. Ich liebe meine bessere Hälfte heißt es in der Kaption. Abigail Breslin und Irak Unjanski sind seit 2017 ein Paar. Im letzten Jahr machten sie ihre Verlobung öffentlich, ebenfalls über die sozialen Medien. 2006 wurde Abigail Breslin fast über Nacht mit dem Überraschungs-Hit Little Miss Sunshine bekannt. Sie spielte im Alter von zehn Jahren ein leicht pummeliges Mädchen, das unbedingt bei einem Schönheitswettbewerb für Kinder mitmachen will. Die Jungdarstellerin, die 2002 in Sings, Zeichen debütierte, bekam für Little Miss Sunshine eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Damit ist sie eine der jüngsten Nominierten überhaupt. Anders als viele andere Jungstars arbeitete Breslin kontinuierlich weiter als Schauspielerin, und da skandalfrei. Die auch als sängerin active New Yorkerin spielte etwa in der Horror-Komödie Zombieland 2009, und in der Fortsetzung zehn Jahre später. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020